1, 2, 3, hallo liebe Community, ich nehm jetzt mal auf, weil das ist, so fängt ne Folge gut an, wir haben nämlich Mr. Penta gegen uns und Boss D, ist das geil, ja, und, das ist richtig, wir sind übrigens gerade, Player Master, Freak Master, Herr Fuchs, Master, und Portana, jawohl, Master, Master, also ihr meint, ich soll keinen Fisch mehr mitnehmen, Leute, ihr habt so viele Störgeräusche gerade drin, ich krieg Migräne davon, das ist echt krass, Ha, klingt da, als sitzt er in nem Aquarium, was so ist, Player, das mein Player ist, wird, ja, der klingt, als würde er in nem Aquarium sitzen, Das bin ich so krass wie predictions. Kennst du diese Taucheranzüge von früher, mit diesem kleinen Kuck-Glas vorne, So müsst ihr euch denn vorrieren, der sitzt in seinem kleinen Zimmer in so einem Taucheranzug, asaaaah, asaaaah, asaaaak, achaaasasabu hast ich challenge dich, johan, komm her, deine Eltern haben sein Zimmer unter Wasser gesetzt, wegen dem die Nacht haben, so werden die Lohnscheinen's drauf beha heldient an und der hat einen Taucheranzuger an, so macht realen kaputt. Da her spielt einfach weiterh, hier gehts richtig ab, hier gehts richtig ab, ja. so, wen wollen wir gleich erst auf fokussieren? Tür! Die Feuer! Jetzt läuft hier noch einmal vor meinem Fenster rum Leute, ihr denkt daran, dass ich Blink habe und das auch öfters einsetzen werde, ja? Ja, ich hab ne 3 Ja, den Bakkus möchte ich auf jeden Fall öfters am Ende set haben Ja, der hat ne 1 Schön Ach ja, der ist gleicher Maler, ne? Ja Na dann Mercury hat falsch eingekauft Hab ich nicht Doch, hast du Du brauchst Schuhe als Merc Nee, am Anfang rutscht du den Bogen an Stimmt, der Bogen ist sehr sehr stark am Anfang Aber das wurde auch erst wieder zugepatcht vor einiger Zeit Ja, das ist aber schon ne Weile her Ja, das ist schon ne Weile her, aber So Leute, seid ihr bereit? Ich bin da! Ja klar! Genau so will ich das sehen, Leute Hey, das holt! Du hast capes gut, du hast capes gut Du hast capes gut Komm, Feuer holen! Ich treff nicht, das ist so... Was hat er die denn für ne Austrag, Alter? Das war die aktierte... Das war so genius von hier, ohne Scheiß Das war das Beste, was ich gesehen habe bis jetzt Ja Na ok, der Loki konnte das auch eben Komm, harte es Hast du ihn? Harte es, habe ich gesehen! Achtung! Achtung, Tier! Ja! Walk the plank! Walk the plank! Walk the plank! Ja, Tanatos, das wird nachher noch richtig lustig, wenn ich damage mache Dann bleibt man da drinnen stehen! Da wirst du! Nimm du mal, ich brauche die nicht! Eins, nehm ich nicht! Ja, klar, dann darf ich die drinnen! Ja, mein Gott, das ist... Achja... Brainer Tür! Ja, das hab ich gerade bei mir auch so gemacht! Guuuuuuuut! Der Tür kann das ja richtig, Mann! Bakkus? Ich bin gerade voll am Schießen! Manno, ich war gerade am Schießen! Ja gut, ich wollte nur Bakkus den Arsch retten! Ich bin gerade mitten in einer Runde! Ja, läuft mal! Ja, läuft mal! Ja, läuft mal! Hi, Mami, Papi, oder Schwester, Bruder von... Ja, wer hat noch mal tun? Geh mal gerade weg! Oh, ja, ich wollte... Sechs mal! Sechs mal! Wir zwei aktivieren! Ich geh gleich rein! Seid ihr dann mit am Start? Ich bin da, ich bin voll! Ich steh doch hier vorne schon! Ich wart doch auf euch! Walk the plank! Ihr zwei! Ja, schön holt! Scheiße, scheiße! Alle raufhacken, alle raufhacken, alle raufhacken! Fuck! Nichts! Ohne Scheiß! Dieses Scheiß dreif! Und die Feuer wickeln! Jaaaa! Oh, die will mich jetzt, die will mich jetzt! Die will, die will, die will den dickenhaarigen Mann! Hahahaha! Gubi! Lauf! Lauf! Loll! Alter, die laufen da so hin und her wie die Fretchen! Ich treff die nicht! Schöööön gemacht! Mit dem letzten auch noch, ich glaub's nicht! Habt ihr Salvation? Ich brauch Heilung! Ich brauch Mana! Ja, ich hab gleich! Heilung nicht, aber Mana brauch ich! Ich hab gleich! Ich hab gleich! Baller mal ein bisschen auf die Digger rauf! Ich halb die ein bisschen vorm Tower! Jaaaa! Kronos hat mich gestunnt! Ja, gut, dann muss ich auch weg! Ja, gut, dann muss ich auch weg! Ich kann euch gar nicht hören! Es ist so crazy laut bei Player! Jaaaa! Das nervt! Hallo, hallo, hallo liebe Eltern, Schwester, Bruder, Family von Player Master! Herzlich willkommen hier bei Möbius Gaming! Ähm, ich hoffe du zeigst das deiner Family mag! Ähm... Ihr seid jetzt im Fernsehen! Ey! Blöder Kronos! Dobe Entscheidung, die da zu stehen! Ich, ich erwarte vor dem, äh, Thanatos Pentakill! Ja, äh... Bacos und 10 Sekunden hab ich jetzt Ulti! Also, falls du noch warten möchtest... Dann warte noch ein bisschen! Warte noch ein bisschen! Warte ich wikbar! Und's kriege ich hin! So London... Äh ... meinetwegen, komm mal rein! Player... Nix hier, bitte! Geht klar! Okay! Noch eins, bitte! Okay, ich geh ran! Ach komm, ne! Jümia, 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 immer... Jümia, Jümia, mach mal! Geh hier zwei... Geh hier 2- Go ga au super Jümia! Ste konatment adeabelatet. Ich geh auch mit drauf, jawoll 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 großgas P�ier... Zwei leider wurde mr penta gerade auf einen quad war unter reduziert gibt es nicht ich weiß ich weiß rahm ulti ist echt ja genau die ganze genauso liebe familie von player master richtig schlimm liebe familie von player master herzlich willkommen an der stelle noch mal doch ich gehe doch ein tower okay dann ich halte hier so um ist auf schilder macht fuchs immer gut mal ab wer kann schön gemacht wir guten ab hier so sieht das aus bei uns richtig herrlich einen greif ich mir mal ulti ist ready bakos wie sieht es bei dir aus in sechs sekunden ich gehe rein in zwei sekunden okay okay auf geht's los go 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 ja dann gehen wir nach dem noden rein ich werde sterben aber dafür kann ich shoppen arm ist der peter wurde wieder wurde auf mist ist degradiert genau mist der spektator mode schön free master also doch schade ich dachte kriegst in tür noch ja genau als würde ich mich dann nach vorne zu dem fuller fahrer stellen und zu dem anderen kronos ach ja ist das nicht schön aber der tür ist jetzt ziemlich tanky sonst meine ult macht nämlich schon eigentlich an die leute die sterben denkt bitte an salvation ich hab immer ne alle 50 sind durchgestorben ja gut du nicht aber die anderen zwei sind gestorben und hat mich gekauft ja du da brauchst du gar nicht so zu albern tun das ist einfach so im team ja ja da wird mr cutter viel würde da gibt es kein aber das ist einfach so nee du hast recht mr cutter viel würde auch ganz schön abgehen wenn wenn man nicht als erstes aber es ist eine andere geschichte ja schön wir leben wir leben wir leben immer aber ich muss halt auch erst mal dass ich da das macht ja das bringt aber für team nix verstehst du ja ist okay wir machen das gleich vier sekunden ist ready vier sekunden zwei ich muss nicht aufpassen nehmen heute ja ja wohl tischer ihr habt da erst mal salvation nebenbei jetzt werden den mal ja ich bin ich gemerkt denkst du was der tarathos kommt jetzt kriegt kronos erstmal noch bamm dann kann er seine ulti ja auch nicht mehr zünden bako ist sehr gut gemacht vom fetten mann umgerülpst so sieht das aus hier sehr sehr gut gemacht bamm und jetzt müssen wir uns ganz kurz glaube ich ein bisschen zurückziehen weil freya geht gerade enderage hier er hat ihr holt es sind jetzt oder hat sie es sind nicht gleich wieder rein in vier sekunden vorher schön schön machen wir es nur das ist gut ist egal dann macht es gleich weg seid ihr ready ja ja da hat sie oh wie wir sie haben genauso muss das laufen richtig schön ja klar wenn man hier irgendwie die ultra tanky kompo hat und man muss auch immer sagen ist dann plus mercury ist auch immer eine ganz nasty geschichte also man schluck der schnürzer fulle dann stimmt bei bachos auch die betriebstemperatur da kommt da fuck the flank fuck the flank fuck the flank Tarnathos kommt Tarnathos ja ich musste mich eine sekunde zurückziehen ich bin gerade kurz geflohen alter Minions gehen in den weg hilf mir mal der Kronos ist an mir dran ok ich komm an der ist nicht an dir dran ne ja ich hab mich auch drauf geschossen ich bin gesilenced ich hab den Arsch gerettet Juche ich kannst du mal danke sagen hier gibt Salvation hier gibt Salvation ich hab den ich hab den kann ich nichts machen komm und den Hades in den Hades also den krieg ich hol den dir hol den dir er hat 50 der hat 50 Leben wer ist denn ein Sekunden ein Sekunden ein Sekunden ein Sekunden ne kommt lieber mal zurück ne kommt zurück bitte da kommen jetzt die Leute boah schlecht boah erstmal durchatmen oh die sind nur zu zweit und wir sind zuviel der so Fuchs erstmal durchatmen ey hahaha ja läuft einfach läuft ne wenns läuft dann läuft 6 Sekunden nach ich mein Ulti ready ich dir sofort wieder auf Tarnathos gar nicht hochleveln lassen ok geht klar haste recht haste recht Mr.Penta ich zeige mir Mr.Penta und ready hat der Glück diesmal fucking grumble ey was soll das was ist heute los ja es gibt es gibt manchmal so es gibt manchmal so ich ich komm leider nicht hin ich komm leider jetzt Leute ist grad uncool ich weiß ich weiß ich retweete sorry es tut mir wirklich leid aber jetzt kann ich auch mal shoppen irgendwie weiß ich nicht es ging grad was los verstehe ich nicht das ist wirklich hier hier gehts grad recht aber das fand ich wirklich crazy ich hole mir auch wirklich nur ein Mail of Renewal ich brauch wegen dem ich brauch wegen dem gegnerischen Tarnathos keine physical defense mhm sooo kauf doch nur als erstes alten quinceis was ja gar nicht so billig ist quinceis hätte ich mir Tarnathos auch als erstes nicht gekauft als Tarnathos würde ich vielleicht sogar auf Tank gehen am Anfang oder Tanki gehen oder oder im schlimmsten Fall ähm wenn die Tarnathos schon dürfen das ist ready for me Tarnathos braucht auch eigentlich gar nicht viel mach einfach die Minions kaputt das reicht schön so die kommen nicht rein so Tarnathos ist wirklich ich muss sagen ich spiel auch super gerne Bacchus ne also daher äh ich find den Spaßfaktor von Bacchus einfach ja raus wenn man ein Chast für den Bacchus skin den Elvis Bacchus ja jetzt so da kommt echt Weihnachten hoch und alles was man vorher gesorgen hatte bitte sammelt alle Herzen auf ja Herzchen da geht grad nicht mein Herz Tür, Tür möchte gerade auch mal sein ich bin gesilenced what the f- boah wie awesome danke wie ich den nicht mehr bekommen konnte ganz einfach so alle Herzen auf sammeln hier so ich suche auch schon ich suche schon boxt den mal danke hier habt ihr Heal doch nochmal Heal oh hol ich mehr boah oh geht mir auch so na Turm bitte einfach box ja dem Turm genau da war auch was ja wir haben einfach zauern das ist kein Ding einfach zauern warte lass dich mal ich blink gleich rein schön oh hat der ein Glück jungen ja ich weiß ich hab's gesehen viel nix bitte ja ich bin da drauf ich muss jetzt aber raus weil ein bisschen zu viel damage für mich ist halb alter hat er noch nix wird hochsteigen habt ihr das gar nicht gesehen ja ich hab's mitbekommen ich hab's gesehen hier geht oh oh oder soll ich den alleine machen ja ich hol dir was soll ich machen nimm schnell die Herzen helb ah ok dann trinkt wir immer mal ein Schluck und auf geht's hier Oh, an der Hand ist schade lustig, das tut mir aber leid Uiuiuiuiui, Lilo Tiffy, Herr von Pödenfeld Aber Samson, warum schweißt du denn so? Wann nur einer hat mein Schnuffeltuch gefixtet? Jaaaa, Schnuffeltuch! Aber Samson, so was sagt man noch nicht Und wie das riecht, so ein verfickter Fickfucksengeruch Das ist einfach so geil, zwar so alt, aber so geil Komm mal her, kennst du das, ja? Ja klar, das ist richtig alt Von wo ist das nochmal? Hier, hier Pass auf, der kommt rechts rum Das hat's ja gebracht jetzt Schöner Blink Ja, ne 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 Was war das denn, Freya? Bitte, was war das denn? Das war eine Sterbe mit Freya Ja, aber warum? Was war das denn? Guckt euch die Feuermattistanz an, die ist so am Fieden Ja, die hat wahrscheinlich keinen Bock mehr Ja, normal, Alter, wenn da so ein fetter Eisberg ankommt und die kaputt macht dann dort Ja, ne Geben wir auf den Titel, normal ist das nicht, aber Ja, das ist Ansicht sei, ob das normal ist Boah, ich muss so weg, ey, ich muss so weg Wir müssten retweeten, wir müssten retweeten Ja, da bin ich dann auch weg Was haben wir denn mal hier? Mal, ich schau mir nicht in den Tengen, ah Wollt sie grad Backbox Was? Soll ich euch Salvationen geben? Nee Ich hol ihn Ich hol ihn Ich kaufe mir einen Poli, ey Mach was dann Ich kaufe mir einen Poli Boah, direkt hinter dir ist Kronos, ey Warte mal, warte mal Warte mal Ja, zurück Bitte Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hinterkill hinter dir mal Eliminated Hast du ihn selber, aber wir boxen den einfach tot Ja, okay Boah, was geht ab, ey Und nicht mehr Computer? Nichts Nee, ich auch nicht Ich schieße die ganze Zeit drauf, aber ab Du hast mehr Kills als ich? Ja, hoho Ich glaube, unsere Range Physicals haben hier gerade echt einfach ein bisschen Pech, ne? Ich geh auf Kronos Und Freak, du hast da Das Problem ist halt, du hast da mit der Freya hier grad natürlich auch jemanden, der dir die ganze Zeit evadet, ne? Normalerweise würde man sowas ja weghauen Mach da grad sowas Ja, und der Tür geht ja auch ganz schön auf den Keks, ne? Wir gehen alles auf den Keks, weil der Kronos, der geht mir lieber richtig auf den Keks Ja Weil der macht mich jemand kaputt, der Silent Der Phönix ist gleich wieder da, Leute Aufpassen Bin gleich da, bin gleich da Ich box den, wenn der da ist Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben Ich muss ja erstmal echt fett grad zu gratulieren, Fuchs Aber ich bin ein bisschen irritiert Oh, da gibt es sogar noch So viel zum Thema, ich hab noch nie so'n gut E-Mail spielen sehen Der andere war auch gut, auf seine Art und Weise Aber vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Community Bis dann, ciao